Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über die Conan Exiles Herausforderung vom Battle Pass. Heute haben wir die folgende Herausforderung. Wir sollen eine Kugel herstellen. Das ist eine ungewöhnliche Herausforderung und die gibt uns 40 EP. Ich habe lange überlegt, was das bedeuten kann und ich habe die Antwort gefunden. Wir gehen einmal zu einer Alchemistenwerkbank und machen uns hier eine Wasserkugel. Dazu zieht ihr einfach eine Glasflasche unten in eure Leiste rein, wählt diese aus und geht zu einen Brunnen oder einer anderen Wasserquelle eurer Wahl und füllt diese auf. Diese mit Wasser gefüllten Glasflaschen legt ihr dann einfach rein und dann benötigt ihr noch einmal Wundsekret. Um dieses herzustellen, müsst ihr einfach nur zu einer Presse gehen und 50 verdorbenes Fleisch reinlegen und dann merkt ihr schon, wie das Wundsekret kommt. Dieses legt ihr dann wieder in eure Alchemistenwerkbank und könnt die Wasserkugel herstellen. Und damit ist dann auch diese Herausforderung abgeschlossen. Ich hoffe, dass euch dieses Video weiterhelfen konnte. Wenn ja, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben geben und ihr dürft natürlich auch gerne in den weiteren Videos zum Kronenpass stöbern. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.